ok dass die leute das ist mir zu riskant jetzt hier im dunkeln ich gehe jetzt hier wieder runter hallo und herzlich willkommen zu 89 folge minecraft vizobiest auf dem multiplayer server ja wir suchen jetzt eine fliegende insel ich weiß dass es sowas gibt ich weiß nicht ob man die auf der karte hier so sehen kann oder ganz einfach mal ein bisschen dass wir uns ein dorf noch einfach mal hoch auf den berg gehen da hinten ist ein richtig hoher berg auch so mal hier schönes Aluminium keys. Das ist auch keine so eine fliegende Insel. Da oben, das scheint nur irgendwie so ein Baum zu sein. Wir brauchen aber auf jeden Fall einen Hölleneingang. Auch nicht uninteressant, aber im Augenblick so etwas anders. Das sind auch diverse Höhen. Schön Lava Fall. Schön Lava Fall. Schön Lava Fall. Schön Lava Fall. Mmmh Mmmh Ich denke mal das war Kupferkies eben. Habe ich gar nicht jetzt darauf geachtet. Ich habe es einfach nur mitgenommen. Hier haben wir Lava. Ach guck mal einer an. Ein Häuschen von Kobold. Da läuft auch die Lava runter. Hier haben wir nochmal Kies. Hier haben wir nochmal Kies. Ein Kessel. Da haben wir leider kein Wasser. So würden wir eben den voll machen. Ach hier unten ist Wasser. Passt doch. Oh. Oh. Bitteschön hast du dein Kessel voll Wasser. Ich bin ja nett. So aber wir müssen weiter suchen. Wir brauchen diese fliegenden Inseln. Arme. Bärenbusch. Hier gibt es viele schöne Sachen. Da hinten ist schon wieder ein Dorf. Blaubeerbusch. Lassen wir mal in Ruhr. Da hinten. Da hinten ist. Oh guck mal an wie viel Kies wir haben. Ich denke mal das da hinten ist. Gold Kies. Und das war das eigentlich wo ich jetzt hinterher war. Ob ich das gesehen hatte. Boah. Das ist aber richtig viel. Sehr schön. Sehr schön. 30 mal Gold Kies. Wow. Wow. So. 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 und Aluminiumkäs nein falsche taste habe ich genug ja drei stück drei holz hier ist ein baum ja 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 wieder mal ein anderes biome ich muss aber gestehen ich weiß nicht in welchem biome diese inseln sind diese fliegenden Ah, ah, ah. Okay. So, und da drin können wir jetzt die drei und die drei ergeben ein Bit, was wir hier hinbauen. Und dann erst mal die Nacht überstehen können. So, Ishell, wir lassen das natürlich hier für den Nächsten, der ja in die Verlegenheit kommt. Denn, wie gesagt, wir wollen ja eigentlich Multiplayer spielen. Das Problem ist halt... Oh, hier fehlt der Kern. Denn, dem Ding, so kann man nichts anfangen, würde ich mal behaupten. Ja, aber das ist... Ah, da oben ist er. Wir haben eine Insel gefunden. Oh. 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 So, dann mal loslegen. Ups, nicht abstürzen. So, dann mal loslegen. Ja, wir müssen noch ein ganzes Stück hoch und ich denke mal, das wird schon fast eine Windeltreppe, die wir dann da hochbauen. Ja. Und man hätte natürlich auch von dem Turm aus loslegen können. Dann fällt mir mal gerade so auf. Ja. 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 hier ist wirklich konzentration gefragt denn ich glaube hier runterfallen kommt nicht gut wir sind wohl schon zu ziemlich unterhalb dieser fliegenden insel aber wir sind da noch nicht von der höhe her dran ich glaube der ist runter gefallen der mir hinterhergekommen ist so da sind wir nicht schon dran vorbei wir können hier noch ein tick rüber ich möchte eigentlich nicht zu viel hin und her gehen aus dem ganz einfachen die gefahr dass man dann hoch oder runter laufen dann zu schnell irgendwo dran vorbei flitzt und da wirklich runter fällt ist zu groß deswegen ist es eigentlich sinnvoll das jetzt erst mal gerade zu bauen und dann einmal in die andere richtung und dann ist gut so so wie hoch sind wir denn jetzt eigentlich auf 194 64 ich bin ja mal gespannt ob sich das jetzt auch wirklich lohnt ob wir da wirklich diesen schleim kriegen da gibt es ja auch ist bahn und das mögliche ups dass wir jetzt mal schief gegangen jetzt mal runter gefallen jetzt wird es auch noch dunkel das ist natürlich gar nicht gut der mond auf und da geht gleich die sonne unter sind auf wolkenniveau ok das leute das ist mir zu riskant jetzt hier im dunkeln ich gehe jetzt hier wieder runter und wir haben ja uns die übernachtungsmöglichkeit hier gebaut und die werden wir halt dann auch nutzen und oh cool why Oh, 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 oh. So, aber damit sind wir auch am Ende dieser Folge. Ob wir es schaffen, von dieser Insel das Material zu kriegen, was wir brauchen, das seht ihr in der nächsten Folge. Schön, dass ihr da wart. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da und einen Kommentar. Vergesst es aber nicht. Bis dann. Tschüss.